Für das Quiz in diesem Modul hören Sie nun sieben Sätze und Sie sollen bitte heraus hören, ob es sich um eine Aussage, einen Befehl, eine Frage handelt, ob Verwunderung ausgedrückt wird, Ärger, Ablehnung oder Abschaue. Wenn Sie dann einfach die Sätze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mit den Buchstaben A, B, C, D, E, F, G verbinden für Ihre Antwort. Achtung, Sie hören nun den ersten Satz. Es stato molto bello, il viaggio in India. La zweite. Es stato molto bello, il viaggio in India. Der dritte. Porta fuori il cane e sbrigati. Der fiete. E' diventato un bel ragazzo, eh? Che storia disgustosa la sua. Satz nummer fünf. Satz sechs. Satz. Satz. Non lo farò mai. Baut no mas eben. Quando me lascerà in pace finalmente? Satz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020